Da ist jeder Tag absolut anders. Also da kann ich mir nicht sagen, okay, ich bin um 8 Uhr in der Früh am Schreibtisch und mache meine Mails zum Beispiel, sondern da bin ich einfach dann ganz woanders und muss mich jeden Tag neu auf die Situation, auf die Gegebenheiten eben wieder einstellen. Also ganz besonders ist für mich, dass man meine Arbeit fast wie als Selbstständiger durchführen kann. Das heißt, ich habe einen komplett freien Zeitplan. Ich kann kommen und gehen, wann ich möchte. Ich bin gemessen an Zahlen, an dem Verkauf sozusagen. Im Grunde genommen kann ich selbstständig meinen Tag planen. Natürlich gibt es gewisse Parameter, auf die man Rücksicht nehmen muss. Es ist auch überall das Gleiche. Bei mir ist es jetzt so, bei uns ist eine Lösung gefunden worden, dass ich einen Telewerker habe. Das heißt, ich fahre zwei Tage nach Wien und zwei Tage arbeite ich von daheim aus und das ist natürlich eine optimale Lösung. Das beginnt mit der Gleitzeitmöglichkeit, die die Firma zulässt. Es ist perfekt, weil man Arbeit, Familie, Privatleben optimal ergänzen kann. Großer Benefit bei der Wüstnode ist natürlich, dass ich als Außendienstmitarbeiter perfekt ausgestattet wäre, mit einem Laptop, wo elektronische Unterschriften möglich sind. Ich bin sozusagen völlig papierlos beim Kunden. Zusätzlich bekomme ich auch ein Smartphone, um das Private vom Dienstlichen perfekt trennen zu können. Es wird einfach wirklich auf den Mitarbeiter geschaut, indem man einfach die verschiedenen Arbeitsmodelle anbietet und einfach Entfaltungsmöglichkeiten hat. Das finde ich als Personalentwicklersicht natürlich das größte Benefit, dass man auch die Möglichkeit bekommt, sich weiterzuentwickeln.